Willkommen bei der großen Secret World Strand Party. Kommt mit, bringt eure Freunde mit an den Strand. Vielleicht eure Familien. Es ist ein wunderschöner Tag. Das Wasser ist trüb, der Himmel ist grau. Die Gäste so unfreundlich. Es ist einfach wundervoll. Kommt auch ihr, ich bin schon da. Ich fühl mich mal. Ich bin im Kampf, aber gegen wen? Na, ist auch egal. Ähm... Die Druckkönigin. Hallo, fettes Viecher. Boah, du kotzt mich an. Boah, volle Kanone. Boah. Alter, Falter. Hu hu hu. Ja, weg mit dir. Ich, ähm... Würde gern laufen, nur... Ich hab irgendwie noch diesen komischen... Irgendwann greif dich an, Bug. Guck mal, Pixel-Leuchttürme. Ist vorbei. Laufen. Ein Schiffsrack. Den Roman... Untot untersuchen. Die Untoten. Alison rannte einfach nur und weigerte sich zurück zu blicken. Es war wie in diesen, äh... in einem dieser Kindheitsträume, in denen sie ständig verfolgt wurde. Sie lief und lief. Aber je mehr sie sich anstrengte, desto langsamer wurde sie. Bis die Beste sie einholte und sie schreiend aufwachte, völlig nass geschwitzt. Sie konnte jetzt hören, wie sie Boden gut machten, als sie sich den Klippen nährte. Sie blieb stehen, rang nach Luft und drehte sich endlich doch um. Sie waren da. Es war kein Traum. Die Toten hatten sich aus ihren Gräbern erhoben und dürsteten nach... Jetzt nach Blut. Alison war allein. Alles oder nichts. Wenn sie den letzten Schrottplatz erreichte, könnte sie vielleicht... einen Wagen finden und damit von hier verschwinden. Klippend Zombies töten. Äh... Ich muss wieder rauf. Gibt's in der Leiter. Conrad, hast Superkräfte entwickelt. Nein, hinten können wir hoch. Lack mich. Das hab ich grad nicht gesagt. Yeah. Okay. Stylisch abgerollt. Okay. Hallo, Klippen-Zombie-Freunde. Na, verschwinden... äh... Verstehe, die Fässer sollten mir helfen. Die Zombie-Plage einzudämmen. Die Zombie-Plage einzudämmen. Was ist das? Erhöht den Trefferwert. Was ist das? Erhöht den Trefferwert. Wie heißt DC-inhoswiegerät? ... so viel... Eokolade- ordin はい. Erhöht den Trefferwert. Erhöht den Trefferwert. Erhöht den Trefferwert. Erhöht den Trefferwert. Das könnte brenzlig werden für die Zombies. Wir müssen aber kurz die Energie aufladen lassen. Danach schnappen wir uns die Gesellen dort oben. In 10 Minuten ist das vorbei, Leute. Da oben steht's. Okay, beeilen wir uns ein bisschen. Nein, ich brauche Clippen-Zombies. Hallo Clippen-Zombies, wo ist der Leuchtturm dahinten? Clippen-Zombie, Clippen-Zombie. Hey, seid ihr Clippen-Zombies? Jetzt kommt's an der Klippe, seid ihr Clippen-Zombies. Einer noch. Komm, bin ich Gegner. Enttäuscher. Enttäuscht mich aber ganz schön. So, weg bist du. Weg bist du. Weg bist du. Und auch du, ähm, bist du nicht. Still bitte. Boah, ist an der jetzt anders als an der anderen? Okay, jetzt ein bisschen raus. Naja, das war jetzt nicht. Na gut. Back to the Leuchtturm. Back to the Leuchtturm. Dam, 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 da, da. Hallo, ihr Zombie-Gesocks. Das ist vielleicht so mit, äh, die beste Möglichkeit überhaupt, äh, sich hier zu verschanzen. Aber ich frag mich, wie haben sie denn Leuchtturm denn gebaut? Ist ein bisschen umständlich, die ganze Kram noch da zu bringen, statt das hier vorne hinzustellen irgendwo. Äh, ist ja auch eigentlich, ne? Nicht so wild. Hoch, bitte. Ja. Kann ich... ...einen Schrottplatz in der Nähe finden? Ach, ha, ha, ha! Ah, ich bin... ...völlig umsonst hier hoch gelaufen. Ist das jetzt... Wirklich? Naja, super! Super daneben. Was ist das denn für ein riesiger Quest, bitte? Ich dachte, ich mach jetzt ein paar Viecher umhauen und dann war's das. Laufe! Boah, wir haben doch keine Zeit, in wenigen Nanosekunden wird sich alles abschalten. Dann ist es hier vorbei, Mann. Ich frag mich, was die Quest eigentlich geht. Okay, ich hab mich angeschnauert, von wegen ich bin Lappen und genauso wie die Lappenfiguren in seinen Scheißbüchern. Ähm, ja, bezeichnen sie ja selbst mehr oder weniger so, ähm. Ja, und was mach ich jetzt hier? Hey, ich kann sogar alles das, was die Lappenfiguren in deinen Büchern alles sagen. Ähm, beziehungsweise, massenhaft töten und so. Ich mach eigentlich genau das, was er beschrieben hat. Ist schon tomisch, irgendwie. Naja. So, noch fünf Minuten, bis die Server sagen, das war's, Junge. Jetzt haben wir Ragu. Konrad Ragu. Konrad Ragu. Warum lass ich das hier denn drin? Weil gleich der Server abgeschaltet wird und ich gleich noch nehme. Okay, es könnte ein Schrottplatz sein. Den Roman der Einheimischen Schrecken finden. Ich würd mal sagen, er hat ihn. In vier Minuten geht's alles bergab. Oh. Da war's. Oh. Der Einheimische Schreck. George blickte zu Eliza hinüber und dachte über sein Unglück nach. Würde er die Welt ihnen jemals eine Pause gönnen? Er schüttelte den Kopf und hätte am liebsten geheult. Typisch, dass ihm das Beziehen ausgerechnet im Völk niemals Land ausging. Ebenso typisch, dass sie keinerlei Verschleppnis dafür aufbrachte. Er stieg aus dem Wagen und sah sich um, im Stillen auf ein Wunder hoffend. Es wurde dunkel und ein kalter Wind fegte durch den feuchten Wald. Ein lautes Klicken waren sie nicht alleine. Und da waren auch andere Autos verrostet und ausgeschlachtet. Ein Autofrittorfer, ein lautes Klicken. Ein Motor, der hustend ansprang. Ein Licht aus der alten Scheune. Als Eliza schrie, drehte er sich um. Die Scheune dachte er. Sie musste es bis in die Scheune schaffen. Alles klar, mit diesem kleinen Ausdruck aus Sam Creek's Roman verabschiede ich mich aus dieser Folge von euch, für euch. Denn wir werden es wohl nicht mehr schaffen, jetzt in zwei Minuten den einheimischen Schrecken, den Schrottgolem da vorne umzuhauen. Na gut, die Folge ist natürlich etwas kürzer, aber ihr seht, ich kann das leider nicht ändern. Tut mir leid und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt The Secret World hier auf dem Kanal der Freelance Gamers. Ich bin euer Julius. Danke fürs Zusehen. Ciao. Ciao.